hey hey wenn ihr mit der ukulele ganz am anfang seid dann empfehle ich ja in der regel dass ihr einen gurt benutzt jetzt haben nicht alle das glück so eine ukulele zu haben wo hinten so schnuppis dran sind ja und es hat auch nicht jeder ein akkubohrer zu hause und selbst die mit akkubohrer haben nicht unbedingt den mut so ein fettes loch in ihre ukulele zu bohren und und deswegen habe ich mir was ausgedacht ich habe mir ein patentgurt der nicht patentiert ist ausgedacht den könnt ihr ganz einfach selber basteln und ihr müsst nichts aber original null nix nö an der ukulele verändern und das beste ist ich zeige euch jetzt wie es geht pass auf also das erste ist ihr braucht eine strippe ich benutze dieses zeug hier das kriegt man im baumarkt zum beispiel oder im alpinen kletter outdoor fachgeschäft das ist so genannte rebschnur ja ich weiß es gar nicht was steht drauf drei millimeter ist das jetzt durchmesser ja ihr könnt auch ein schnürsenkel nehmen oder überrascht mich ja oder was klöppeln oder oder meinetwegen auch paketband das ist scheißegal also das zweite was ihr braucht ist jetzt das das ist so so ein dings vielleicht habt ihr das mal gesehen das ist man nennt es einen kordelstopper das könnt ihr wenn ihr einen schlafsack habt habt ihr eine tüte zu dem schlafsack und da ist so ein ding dran das könnt ihr da mopsen wer braucht schlafsäcke ja das braucht ihr und ansonsten ein werkzeug braucht ihr nicht mehr so wahnsinnig viel braucht ein feuerzeug lege ich mal dahin und dann braucht ihr noch eine schere schere werdet ihr ja wohl haben so was so das war auch schon alles ukulele lege ich mal beiseite nicht dass sie zu schaden kommt okay teil eins ist wir brauchen ein amtliches stück strippe und ich mache das immer erst mal so lang etwa so etwa dass das so doppelte länger doppelte doppelte länge von meinem arm hat kann man natürlich auch geschickter machen als ich jetzt man kann ja jetzt nicht alles können also doppelte länge arm so kommt scheiß drauf das ist ein bisschen wenig vielleicht lieber ein bisschen mehr abschneiden kann man später immer noch also was ich persönlich jetzt mache ist wenn ich das abschneiden will dann mache ich mir so eine stelle mit dem feuerzeug so ein bisschen schrumpfen das schnuddel ich so ein bisschen an so seht ihr so dass kann man dann meist schon so ein bisschen drehen dass sich das verzwillert und jetzt kann ich das nämlich ganz das kann ich das ganz super mit der schere einfach so auf trennen und dann ist das recht schnurfe den brauchen wir schon nicht mehr jetzt haben wir zwei enden und da schnuppelt ihr jetzt den schnuppel drüber das ist auf der seite einfacher als bei der anderen alter jetzt ist das wieder so gefummelt ich hatte extra geguckt dass es einer ist wo es durch passt alles gut so ist schön so jetzt haben wir den da drin okay durch beide durch und jetzt macht ja eigentlich nichts weiter als hier auf das ende und knoten drauf ganz normal so einfach knoten zack fertig bums ihr könnt natürlich auch was schickeres machen aber der tut's voll schön zu ziehen so knoten okay das war auch schon alles so ihr habt also jetzt hier so ein schnuppi und ihr habt ein gurt boah der ist lang geil jetzt zeige ich euch wie ihr den montiert also ihr braucht eine ukulele und jetzt zieht ihr diesen die die offene schlaufe ohne knoten die zieht ihr jetzt hier zwischen den stimmwirbeln unter den seiten durch so ja jetzt einmal rumtippen so dass das sind jetzt habt ihr hier hinten so ein schläufchen und da zieht ihr einfach das ende mitsamt schnuppeln und allem einmal durch und schwupps können ihr eure ukulele aufhängen ist total toll guck mal kann ich jetzt so drehen lassen wahnsinn jetzt müsst ihr nur noch wissen wie ihren benutzt das ist tatsächlich ein bisschen tricky wie man so schön sagt die seite mit dem schnuppi da steckt die den schlagarm durch das bei mir rechts so und jetzt kommen beide 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 ich sage das deswegen so oft weil ihr wollt nicht wissen wie oft ich erlebt habe dass jetzt einer nur ein nein beide kommen hinter den rücken hinter den kopf und fertig ist der lack ihr merkt also die ukulele ist zwar hier jetzt nicht gestützt aber hier könnt ihr sie entweder mit dem arm festhalten oder ihr könnt sie aufs bein stellen aber die seite das ja die wichtige die hängt jetzt in der luft die hängt an meinem gurt jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere wozu ist der schnuppi gut naja logisch ist der schnuppi dafür da dass ihr die länge von dem gurt verstellen könnt wenn der jetzt beim spielen hier so ein bisschen durch hängt dann wisst ihr ist zu lang dann nehmt ihr hier den schnuppi und macht einfach ein bisschen kürzer was soll der scheiß schwupp ist das ding ein bisschen höher ja wenn ihr das gefühl habt dass ihr das dass die dass ihr so die schultern hoch ziehen müsst dann ist der gut zu eng dann könnt ihr da einfach ein bisschen schnuppi umstellen und bisher ist ihr das gefühl oh ja das ist jetzt total entspannt in der regel ist so spielt mal ein jahr mit gut und nach dem jahr ist eure greifhand total geschmeidig und kriegt das mit dem greifen super hin und kram und dann könnt ihr auch ohne gut spielen am anfang ohne gut spielen das führt in der regel dazu dass man so eine scheiß handhaltung hat weil man ja die ganze zeit den hals hält macht's nicht auch wenn es vielleicht nicht ganz so cool ist so ihr dürft gerne so viele gurte basteln wie ihr wollt und ihr müsst noch nicht mal drauf schreiben iso spezialgurt aber es wäre natürlich nett wenn ihr das macht noch netter wäre wenn ihr meinen kanal abonniert oder mir einen daumen hoch gebt oder mich weiterempfehlt wenn ihr fragen habt haut es runter in die kommentare ach ja ganz wichtig das geht natürlich auch mit anderen farben das muss nicht orange sein tschüss